Vielen Dank, ich bin ganz froh, dass man jetzt noch reden darf in diesem Teil des Konzerts. Aber nicht lang, ich möchte meine Kollegen vom Jazz Band vorstellen. Das ist der Roland Kramer. Und der Roland Kramer, der Kasschen. Und natürlich den Gansmaier muss ich mir nicht mehr vorstellen, oder? Das ist der Roland Kramer. 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 Der Roland Kramer. Das ist der Roland Kramer. Das ist der Roland Kramer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020